Ich kann sagen, jeder, der das Glück hat, morgen die Show zu sehen, der ist privilegiert, weil was Besseres an Fashion, Schoko und Tanz in einer Kombination in einer Stunde wird es nicht geben. Das erste Mal, also ich bin ziemlich innozentig in dieser verrückten Nacht, also ich will das herausfinden. Deutschland ist glücklich, hier zu sein, ich bin halb deutschland, aber ich habe gedacht, es ist Zeit, dass ich eigentlich sehen, wo ich komme. Du hast die treuesten Freunde, die über Jahre dabei waren, und das ist auch schön, auch heute und morgen, das ist natürlich besonders. Ja, das machen wir immer gerne, ja. Zunächst einmal ist es eines der besten Events, die Deutschland bieten kann, und deshalb bin ich besonders gerne hier. Und bei 20 Jahren dabei sein zu dürfen, ist auch eine Ehre und eine Auszeichnung. Er lädt die besten Gäste ein aus der ganzen Welt, das ist einfach toll. Unglaublich, sind jetzt schon 20 Jahre, Wahnsinn, Wahnsinn. Nach wie vor jedes Jahr eine Ehre dabei zu sein. Als allererstes fällt mir dazu einen ganz großen Respekt. Ich bin seit zehn Jahren, glaube ich, jedes Jahr am Stück da, und er macht einfach die besten Partys, hat die nettesten Leute da. Also, Hermann Bülbecker ist ein erfolgreicher Unternehmer, aber auch jemand, der extrem viel Charity-Work macht. Die Süßigkeiten liebe ich immer noch, und man ist tatsächlich süchtig geworden in 20 Jahren. Wir alle haben uns ein bisschen verändert, nur der Hermann nicht. Der Hermann ist immer noch, zack, zack, der ist selbst eine Marke. Mal ehrlich, 20 Jahre, eigentlich ist es vergangen wie im Flug. Wenn ich überlege, wie das alles angefangen hat, diese Schokoladen-Party, legendär mittlerweile in Deutschland. Ich glaube lustigerweise, dass es wirklich jedem gleich geht. Man hat irgendwann davon gehört und wollte dahin, und irgendwann hat man dann das Glück gehört, dass man eingeladen wurde. Ich liebe deinen Schokoladen. Ich liebe deinen Schokoladen. Es ist Lambert's. ich liebe dich ganzushant und ich liebe dich. Ich liebe deine Zuschauer. Vielen Dank.